Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. In Namen des Vaters und Heiligen Geistes. Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Deine Sohserberie. Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebes, des unbefleckten Platzes. Deine Sohserberie. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Vater, Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Dein Gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. durch Jesus Christus, deiner seligste Mutter. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Jesus Christus und seine seligste Mutter. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete, gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. in der durch stringenden Kälte geboren wurde. in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete, gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete, gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete, gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Erwähnen sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau um Mitternacht in Bethlehem im Stall, in der durch stringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderliebe. Es allen deinen Segen gibt. Amen.